Dieses Land befindet sich nun im Krieg, indem ich auf ein Knöpfchen drücke. Um erneut die Welt zu retten. Und ab geht die wilde Sorge! Braucht's einen fürs Kommando. Als guter Freund zeig ich dir. Du brauchst einen neuen Spruch. Einen Mann fürs Grobe. Und Bruce Willis. Alles okay? Ja, und bei Ihnen? Hab ein bisschen hohen Blutdruck. Die Free-TV-Premiere. G.I. Joe. Die Abrechnung. Ostermontag, 20.15 Uhr. ProSieben.